Hallöchen Leute, willkommen zur sechsten Episode von meinem Let's Play Mario Kart 8 200 CCM, der ihre Wahnsinn auf Vollgas. Ich bin Davy und stue euch natürlich ganz herzlich zurückbegrüße, ob es alle neuen Abonnenten, alle neuen Zuschauer nicht abonnenten und treue Zuschauer zu diesem Let's Play geht. Und jetzt fangen wir mit dem Bananen Cup an. Let's go! Staub, trockene Wüste! Eine Gamecube Strecke. Fangen wir an. Und ja, es ist wieder Baby Mario dabei, Baby, oder Baby? Ja, Baby Daisy. Wer da vorne ist, weiß ich gerade nicht. Aber, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Abartig, super. Ich hatte einen roten Panzer, komm, lass mich was Gescheites. Ah, grüner Panzer ist auch noch in Ordnung. Ja, du hast eine Banane, aber es interessiert mich überhaupt nicht. Und kreuzweise kannst du mich schön... Schön! Nein, nicht durchs... Boah, hab schon gedacht, ich falle durchs Loch. Eigentlich wollte ich sagen, kreuzweise kannst du mich schön am Hintern leckern. Das auf jeden Fall. Weil mich wirst du nicht mehr einholen, obwohl du ja eigentlich haargenau hinter mir bist. Ihr Drecksäcke. Boah, Alter, was geht, ey? So, komm, zack. Abbremsen. Ah, egal, egal, egal. Boah, da kommt grüner Panzer. Haus im Nichts. Ui, 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 ui. So, unsere Statistik sieht schon mal sehr gut aus. Fünf Cups insgesamt haben wir schon gemacht. Wir haben vier Gold und einmal Silber. Da kann man doch echt zufrieden sein. Also, ich bin auf jeden Fall zufrieden. So, ich bin jetzt fast wieder beinahe reingefallen. Das ist ja echt abartig. So, komm, zack. Yo. Ah, okay, da war nicht für mich gedacht. Hihihi. Gut, dann kann ich ja hier rummausern. So, abbremsen, abbremsen. Sehr schön. Oh, bap, bap. Okay, machen wir es halt so. Egal, wir haben ja nicht so viel verloren. Das gilt ja noch. Das lässt sich noch in Maßen ertragen, was wir gerade wieder an Vorsprung verloren haben. Obwohl, wir haben ja riesen Vorsprung. Wenn ich jetzt hier gerade voll auf die Karte mal schaue. Ja, reithoretisch. Das ist ein Sieg für uns. Nein, 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 nicht reithallen. Braves Kind. Braver Link. Braver Link. So, gut. Letzte Kurve. Also, wenn jetzt noch was kommt, dann... Leck mich am Arsch. Sorry. Alter, was für eine Strecke. Also, auf 200 ist sie ja echt heftiger wie... Ja. So, auf 150 oder im Online-Modus. Donut Ebene 3. Eine Super Nintendo Strecke. Ja. Die schlimmste, die ist genau die Strecke vom Spezialkub vom Super Nintendo. Und ich habe sie gehasst, weil sie ja auch noch die erste Strecke war. Und ich habe sie... Nicht gebacken bekommen. Ja, aber Baby Daisy meint da wirklich Stress mit mir anfangen zu wollen. Die dumme Food. Die dumme Food. Yo. Wo habt ihr alle jetzt die Bananen her auf einmal? Unfassbar. Yo. Das war aber haarscharf. Leck mich am Arsch, ey. So, da ist auch wieder einer hinter mir. Da will ich Stress haben. So, gut abbremsen. Und raus mit dir. So. Was geht? Ja. Party geht, ey. So, Daisy. Du bist hinter mir. Und Lenny meint wieder da vorne mitmischen zu wollen. So, komm. Oh, Gott. Oh, Alter. Was geht hier, ey? Voll die Bananen. Plantage. Ohne Witz. Yo. Yo. Da kommt jetzt noch der Kuba. Yo. Und wie der Witz. Kriegt hier jeder nur Bananen oder was? So, ich lege mir auch hier meine Banane hin. Damit es wenigstens Sinn macht, ey. So, komm. So, gut. Komm. Ey, ihr habt so viele Dinger. Nutzt sie doch, verdammte Scheiße. Und ich fahre wieder einen Rotz zusammen. Das ist umfassbar, was ich zusammenfahre. Okay. Das ist echt nicht meine Strecke. gewesen. Jetzt mit 200. Das geht echt nicht. Also 200, die Strecke ist ja echt apathisch. So, aber wenigstens dritter noch. Zweiter werden wir nicht mehr. Das können wir vergessen. Aber dritter ist noch drin. Leck mich einmal. Larry, Baby, Daisy. So, mit dem ersten Platz teilen wir jetzt mit Baby Daisy. Dann müssen wir wohl jetzt mal Gas geben. Ja, Gas geben ist ja auch wichtig. Königliche Rennpiste. Ich weiß gar nicht. Ne, Nintendo 64 stimmt. Das ist eine Strecke von Nintendo 64. So. Ja, dieser Mini-Booster, der hat mir viel gebracht. Jo. Das hier gleich alle wieder voll Schubs, Rumpf schubsen muss. Das ist ja... Ach, komm schon. Verarsch mich jetzt echt nicht am Ärmel. Jo. Wo kommt wieder der Bananen her? Nimm den, kriegst du nicht Speed. Zack. Ah, den habe ich... Das hätte ich echt nicht gebraucht, grad. Aber wirklich. Oh je. Ist der schon schwarz. Also das ist echt nicht mein Cup, grad. Jo. Ja, das war klar, dass du den hässlichen Bumeran benutzt. Betrug. Sowas von Betrug. So Lakitu Mario oder... Ne, Tanuku. Äh, Tanaki Mario. Komm, verpiss dich. So. Alter. Weißt, ich kann nicht mal den überholen, weil er seine scheiß Bananen am Start hat. So, komm. Aber jetzt. So, 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 so. Ah, verdammt. Was soll ich mit einer Münze auf dem zweiten Platz? Ja, ich habe Vollspeed. Sehr schön. Jo. Der Panzer. Wow. Zwei Panzer, aber grad so ausgewischen. Unfassbar. Komm, komm. Yes. So kann es jetzt bleiben. Also leck mich am Ärmel, ey. Oh, abbremsen. Oh Gott, abbremsen. Yes. Ah, verdammt. Du hässlicher Spaß. Komm her. So. Zack. Ah. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Yo. Der kriegt noch einen blauen Panzer ab. Das ist jetzt meine Chance. Wenn ich es jetzt verkacken tue, bin ich erster. Ja. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein Ah, eine bittere Pille. So was für eine bittere Pille. Und jetzt ist Larry erst da. Du trägst fast. Du trägst fast. Das war eine dicke Pille. Das gibts nicht. So, Donkey Kong Jungle vom Nintendo 3DS. Ich hoffe es. Ich hoffe es wirklich von ganzem Herzen, dass das jetzt einigermaßen funktioniert. Auf jeden Fall, Larry darf nicht vor mir sein. Das ist Fakt. So. So soll's auch sein. Nein, nein, nein. Was war das? Was war das, bitte? Alter, ich kann kotzen. Komm. Geht sterben, ihr Freaks. So, komm. Zack. Oh Gott. Zack. Das gibt's nicht. Jetzt komm. Friss. Schnupper, Gas, Bösewicht, ey. Zack. Komm, 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 komm. Ich muss den Larry einholen. Komm, 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 komm. Zack. Auf, 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 auf. Zack. Einen. Super. So, aber jetzt. Zack. Kassiert. So, sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Gut. Baby Peach. Das gibt's doch nicht. Yo. Was geht, ey? So. Das heben wir für uns gleich auf. So, gut. So, gut, 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 gut. Super. Wunderbar. Jetzt. Sehr schön. So. So. Friss. Friss nicht runterfahren. Ja, ja, ja. Komm, komm. Speed, speed, speed. Yes. So, Daisy. Daisy darf nicht, nicht erster werden. Daisy darf nicht erster werden. Das ist Fakt. So, komm. Zack. Yes. Sehr schön. Daisy weggenommen. So, gut. Jetzt haben wir wieder die Chance. Oh, Gott. Was geht, ey? So. Zack. Wir haben Speed. Wir haben Speed. Wir haben ordentlich Speed. So, komm, komm, komm. So. Ja, ja, ja. Komm. Egal, egal, egal. Komm. Und jetzt noch mal den Speed rausholen. Yes. Grandios gemeistert. Erster. Oh. Heavy. Der Cup hat es wirklich in sich gehabt. Ich bin platt mit meinen Nerven gerade. Ohne wiegt Bananen Cup. Ja, das war wirklich eine Banane. Ansonsten bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Bei einer neuen Episode Mario Kart 8 200 CCM. Voll Gas voraus. Euer Davy. Tschüssi. Kowski.